Lustig. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Fips Asmussens Witzestunde. Es lädt sie ein, Günter Willomeit, zum lustigen Witze erzählen im Norden. Unser Gastgeber ist Carlo von Tiedemann und er hat wieder einen ganzen Sack voll Humor dabei. Ja, liebe Leute, wir mal zu, kennt ihr schon den? Kommt eine Frau zum Schlachter und sagt, ich hätte gerne 200 Gramm Leberwurst, aber bitte von der groben, sagt der Schlachter. Wieso? Die ist doch heute in der Berufsschule. Mensch, das ist ja Wahnsinn, Fips, was du so drauf hast. Mensch, hast du auch einen Witz über Frauen? Frauen sind sowieso einen Witz. Das ist ja total komisch, unser Fips. Jetzt sag mal, Fips, ich hab da so einen Nachbarn, der nervt mich total. Hast du auch so einen Nachbarn, der dich total nervt? Ja, sag mal, du wohnst doch bei mir neben einen. Der Fips, der ist einfach so witzig. Ich krieg mich nicht mehr ein vor Spaß. Schlechte Witze erzählt er den ganzen Tag. Schlechte Witze, die eigentlich keiner hören mag. Er ist Mr. Lustig in seiner Fantasie. Doch richtig wird er's nie. Erzähl doch nochmal einen Witz, jetzt bist du mal dran. Kommt ein Mann um die Ecke und der Bus ist weg. Hahaha, ja, das ist ja der Witz. Hahaha, was hast du denn am liebsten zum Essen? Spaghetti. Hahaha, aber das war gar nicht lustig, Fips. Du bist doch eigentlich ein Witz-Erzähler. Er hat Humor wie ein Chaot und trägt sie vor wie ein Idiot. Ich weiß nicht, warum ich mich mit dem unterhalt. Der Typ ist total, total durchgeknallt. Er hält sich für Mr. Lustig, doch richtig witzig wird er nie. Bevor ich über den lache, schieß ich mir nen Semmel durchs Knie. Hahaha, das ist einfach zu komisch. Komm, wir gehen noch ein paar Witzbücher lesen. Und tschüss. 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 Vielen Dank.